Ein Hauch von Nichts. Oh, danke, Eure Meier. Miaustätten, meine Güte. Ja, okay, wir sind jetzt für Löwener bereit zum Katspital. Okay, ich gehe heilen. Wir brauchen nicht, wir haben Level ab. Nice. Wir wollen noch coole Magie-Runen sehen. Magie-Runen. Das ist Level 10 immer noch. Wir müssen noch ein Level aufsteigen, dann können wir in die Höhle. Wobei, wir können jetzt schon in die Höhle. Du musst nur näher rankommen. Ja, aber das ist auf 7. Vielleicht können wir da. Okay, machen wir. Na gut, bei der anderen Höhle waren wir mit Level 3 drin und es war für Level 4. Also wir haben es auch überlebt. Sind halt fast alle gestorben. Los, hau hin! Hau hin! Achtung! Easy. EZ. Katzenabenteuerschwert, ah ja. Kannst du nehmen. Nö. Doch, es macht mehr Schaden. Mach 3 mehr Schaden. Na gut. Auch wenn du keine Katze bist. Ja ne, ist klar. Das hat sich gar nicht gelohnt. Mau. Hau einfach ab. Aua. Oh Gott, ich hab kaum noch Leben. Wieser Moment, wenn man nicht auf sein Leben achtet. Au. Er. Mist. Ich bin tot. Okay. Geh weg. Du schaffst es, Björnzy. Ich lauf einfach im Kreis. Ach, der eine ist tot. Komm mit nem Controller.. bisschen. Nur ein bisschen. Ja. Mach sie fertig, hilf dir. Uh, WB Autor. Nee, das der Ausgang. Sicher? wir sind doch von da gar nicht gekommen ja das oder ein nächstes level das direkt in das tier eingestellt wird wieder tot ich lebe wieder weiß magi robe ich glaubte was für mich eine tatze ja anheim ja da ist eine foto in zehn prozent ich habe aber nicht den gestorben bin dass du mir zehn prozent mehr leben gibst und du so ein magische katze auch königsblut erweckt eine innere kraft das feldschild Max Mahner ist auch auf warum Max Mahner ist auch aufgestiegen aber auch wie viel ein bisschen mehr aber wo ein stopp man richtig nehmen ja so oft haben für die Nahrung in der Nähe machen ich habe nicht ich auch was habe ich das jetzt gelegt hallo ja und er ist okay und wie kann ich das bei mir machen kannst du noch mal traurig das geht vielleicht gar nicht vielleicht kann es nur mal einer benutzen weiß was ich nicht mehr nein hm ok oh nice jetzt haben wir ein schutzschild heilung 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 ich möchte auch schlafen ich bin bei dir heilung oh guck mal da ist ein ausruhezeichen neben quest hallo typ hallo stadtkatzenanführer hey könntet du könntet du uns zur Pfote gehen komischer Slang einige Hunde haben uns angegriffen wir müssen sie fernhalten ok äh find ich jetzt so ein bisschen gemein warte du bist auch ein Hund also du bist ein Hund hallo noll du bist ein guter Hund ja ok also ein paar Hunde haben uns vom Meer aus überfallen wir haben es geschafft sie weg zu jagen aber ich bin sicher sie werden zurückkehren die Stadt was Rezept oder was war das ok das ist für eine Barrierezauberspruch um äh die Hunde draußen zu halten yeah könntet ihr mir helfen einen Magier zu bitten es zuzubereiten ich werde damit beschäftigt sein die Hundehaare zu entfernen die sie zurückgelassen haben das ist sehr gemein das ist voll Hunde rassistisch ich bin schneller ich bin halt echt schneller gefühlt ja schon wieder miaulo eure Miaustäten wie kann ich euch helfen du gibst dem Merge das Rezept für einen Zauberspruch Punkt 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 uuuuhhhhhh ein Barrierezauber sagst du ich kann dir helfen ihn zuzubereiten zuerst benötigen wir Katzenhaarballen eure Miaustäten kotzt mal bitte kurz na toll wie das sind die da ja da haben die ihre Katzen wir hatten die dahin gekotzt das sind drei Stück nehm euch auf Bledermäusen die sammeln die Haarballen gerne für ihre Neste das sind drei Stück da unten sind drei Magier weiß Bescheid ahja die haben das also dahin gekotzt wow die machen 37 Schaden halt dich von denen fern die sind schnell ah 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 die sind ja voll overpowered du kämpfst mit zwei oh ich hab mit einem Problem Level up Level up ich hab mit drei vorhin gekämpft du hast du hebst die Haarballen auf wää ein Hund was ist das ein Hund hallo bauer wuff 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 ahja wuff bell wau wau wuff zack ja ich versteh ahja oh wau 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 wuu wya waa w awe whhh wuhll auew Euer Mónien sind Täten hier drüben ich hatte große Angst dass die Fledermäuse euch gefressen haben ihr habt doch die Herbalne dahin gekotzt hier schreibt wenn du das kannst dann ist das kiten ich habe immer noch keine aktualisierten die haaren willkommen im chat ich hoffe jetzt funktioniert nun benötigen wir hundehaarballen aber wie soll ich aber hinkotzen ja welche im süd tatze faszinierend legen wir los eure miausitäten da unten habe ich doch was gesehen da unten beim wasser ach stimmt da war ja noch was so viele hundehaare ach stimmt er hat ja alles zusammengeräumt ach der typ stand im weg deswegen konnte ich nicht weglaufen ich hab gerade gedacht meine staubung funktioniert nicht mehr da suchst die hundeballen ja okay ein barrierezauberspruch wie bestellt ich werde zurückkommen eure miausitäten okay und jetzt er ist zurück ich bin zurück eure miausitäten warum sagt er das die ganze zeit ich glaube das ist eine verfolgungs zauber kein barriere zauber aber ich könnte mich auch hier gibt dir einen zauberkristall ich werde mich jetzt verabschieden eure miausitäten adi was ist das denn dumm ist danke für den verfolg barriere zauber ach du ach wach 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 du hast sogar die hundehaare weggeputzt komisch dass sie immer wieder neu auftauchen ist eine belohnung Ich ahne was. Oh, Verteidigung, 10%. Wir werden später noch mehr Hilfe benötigen. Komm und besucht uns wieder. Okay. Was ahnst du denn? Vielleicht war das ein verkleideter Hund. Das eine war ein verkleideter Hund. Jetzt hast du eine richtig geile Axt. Nice. Du bist echt der Tank. Nice. Oh, da ist was. Oh, da ist ein Stück Papier. Beide Spieler benötigt. Wuff, wuff, ruff, ruff. Bitte, wuff, Hilfe, Bell. Ah, okay. Nehmen wir an. Da ist noch was. Wuff, wuff, a, Folge, wuff, Notiz, Bell. Ah, okay. Ja, gut. Gehen wir hin. Achso, wir sollen noch folgen. Nuti, Nutuzi nerven. Äh, äh. Also in die Höhle. Katz Pital. Schau her. Hier drinnen. Schnell, bevor sie euch sehen. Hell, 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 hell. Level 10 stand da. Sind wir schon Level 10? Ich hab nicht geguckt. Acht. Ja, hier drüben. Kommt her. Acht. Ja, das reicht. Achso, der steht in dir. Hab ihn angeflamed. Nice. I'm a flamer. Endlich, ich bin der echte Stadtkatzenanführer von Südtatze. Dieser Köder, die hier eingedrungen sind, haben uns mit komischen Rauchbomben wie Hunde aussehen lassen. No. Aber was sie getan haben, funktioniert im Dunkeln nicht. Deshalb haben wir euch hier hergerufen. Und jetzt sind wir getrennt. Bitte sieht bei den anderen nach, ob sie mir okay sind. Klar. Da ist in Ruhe. Gut, 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 gut. Okay. Mach mal deinen Schutzzauber und mal gucken, wie das aussieht. Gleich. Nice, das sind für Beine. Das ist auch Schutz. Wie lange hält der jetzt? Für immer. Ja, lange auf jeden Fall. Nice. Oh, du kannst uns jetzt verstehen. Diese Rauchbombe hat auch unsere Reden durcheinander gebracht. Wir hatten keine andere Wahl, als wegzulaufen und uns zu verstecken. Aber denk das... Danke, dass ihr nach uns seht. Nett von uns. Ja. Toll. Dritte Arzt. Dritte Arzt. Oh, Level 3. Weil du die schon hast. Das ist praktisch. Wird einfach aufgelevelt. Das ist geil. Diese Köter haben sich als uns verkleidet. Sie haben unseren Platz eingenommen und weggejagt. Und keine Sorge um mich, ich werde mich bald mit den anderen treffen. Okay. Okay. Ah, wusste doch. Ab. Die alle das gleiche sagen. Au, mau, mau. Voll reingehüpft. Ja. Nice. Level up. Ach. Ach. Aufbereitet haben. Sie wollen uns loswerden, weil wir Zeugen sind. Ich muss gehen und die anderen warnen. Oh, deswegen warnen sie den. Oh, komm, Annual. Oh, was machen wir jetzt? Mega Loot. Mega Loot. Mega Loot. mmmmm. Loot. Loot. Da gibt's Feines. Eismegeher Hut. Ein Hut für dich. Aber ich hab keine Eismagie, aber ich nehm's trotzdem. Loot ist Loot. Eins. Du hast nämlich Verteidigung. Ne, du hast Magie Plus gekriegt. Nice. Ich hab noch einen Hut. Uff. Nicht der Stadtkatzenführer. Oh, ihr zwei. Ah, nicht der Stadtkatzenführer. Ja. Alles klar. Oh, ihr zwei. Was für ein fälliger Zufall. Ach, deswegen hat er auch Wow, was weiß ich gesagt. Ähm, du müsstest kurz herkommen. Wir müssten noch reden. Moment. Ah. Ich brauch mir richtig viel Schaden jetzt grad. Okay, los. Ja. Nicht der Stadtkatzenführer. Ihr beschuldigt mich, ein Hund zu sein? Was? Ja. Okay, okay, ihr habt recht, ich bin ein Hund. Aber während ich mich umsah, hab ich erkannt, dass Katzen genauso sind wie wir. Sie tun tatsächlich ihr Bestes, um diesen Krieg zu überleben. Kann die anderen Hunde die Katzen nicht finden lassen, treffen wir uns wieder in Süd-Tatze. Okay. Level chain. Oh. Wow, grad eben hab ich noch mehr Schaden gemacht. Ach, vielleicht, weil auch die Gegner jetzt höher sind. Dadurch. Vielleicht. Kromes, kromes. Ja, ein Stein. Ein Stein. Willkommen zurück. Helft ihr mir, den, äh, hm, Barrierezauber, in Anführungszeichen, einzurichten? Okay, drei. Na gut. Pst, es ist ein Bluff, falls jemand zuhört. Okay, seht ihr das? Okay. Das ist der Verfolgungszauber. Sie werden im Bereich aktivieren, um die Katzen aufzuspüren. Ich greife ihn mir, und dann werfen wir ihn draußen weg. Okay. Folgt mir. Und, hm, Hai, Pampa, was ist das? Ah, man kann da unten rein. Und, hm, Hai, Pampa, Bewohner. Hallo, winke, winke. Warte, meine Nase schnüffelt etwas gefährlich. Da vorne ist ein Igel. HAH! Ein Büffel und Füchse. Es sind Füchse. Nice. Abbruch, ich kann Magie einsetzen. Es sind Feuerfüchse. Firefox. Haha. Wow. Ah. Ah, sie machen mir ganz schön Schaden. Ich benutze... Eis. Komm zu mir hoch, ich seh nix mehr. Wir müssen dem Vieh hier dicken Schaden machen. Ah. Moment. Wir sind feuerimmun. Ich bin tot. Oh, ich hab was anderes angegriffen. Warum greifst du was anderes an? Ich weiß es nicht. Komm hoch zu mir. Rette mich. Rette mich. War nur zwei Schaden. Ja, deswegen rette mich. Warum greifst du immer andere Sachen an? Ich weiß es nicht. Du musst einfach nur hochlaufen. Du greifst immer andere Leute an, weil du zu weit weg rennst. Der eine bewacht mich. Ich glaube auch. Noch einmal. Noch einmal. Nice. Mach einfach mal keinen Schaden an die Viecher. An die Viecher. Raus mit die Viecher. So. Machen wir jetzt das fertig. Heiß ist definitiv besser. Aua, ich bin schon wieder tot. Wie ist das denn gesehen? Geh auf, Snow. Rette mich. Ja, ich komm gleich. Hätte ich doch stehen bleiben können. Ich greifst schon wieder alles an. Ja. Mau, Mau. Du hattest Verteidigung. Ja, aber trotzdem habe ich Angst. Zwei Schaden, ich bin so nutzlos. Guck mal, die Dinger sind dicker da unten. Ja, warum greifst du sie schon wieder an? Hat nicht angeguckt. Na und? Ich guck dich auch an. Hm. Schnell, ich weiß nicht, ob die anderen Hunde das gehört haben. Wir müssen diesen Verfolgungsdauer so weit wie möglich, wie miauglich, loswerden. Ach, jetzt macht er wieder Miau? Moment, Geld. Oh, da sieht ein bisschen gefangen aus, der Boy, hier. Geld, 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 Geld. Erstmal ist gut. Komm her. Oh nein, es ist zu spät. Sie haben uns gefunden. Soldatenhauptmann, was ist dies, Soldat? Wohin bringst du diesen Verfolgungsdauber? Zier, wir sollten dies nicht tun. Wir ziehen den Krieg nur in die Länge. Wir wollen alle nur überleben. Dies zu tun führt nur zu mehr Zerstörung. Befehl ist befehl. Pfoten hoch, Jungs. In unserem Rudel gibt es einen Fellräter. Wir werden es euch allen zeigen. Oh Gott. Nein, meine Heilung ist sowas von auf Null. Ich bin weg. Ah, warum slappen nur alle mich? Weil du tank. Ich bin eindeutig nicht ein sehr guter Tank. Lasst mich. Ich bin eine Katze. Ja, deswegen greifen die dich auch an. Oh Gott. Noch einer fehlt. Noch einen Balken. Das war's. Vielen Dank.